Also, viel diskutiert, viel darüber berichtet. Sascha, Anton und ich sind ja investiert zu einem kleinen Teil in Aalborg, drittgrößte Stadt Dänemarks, im Norden wunderschöne Stadt, geiles Stadion, ultrakrasser Traditionsverein, gibt es unglaublich lange. 2014 noch Meister geworden und Pokal gewonnen, Champions League gespielt gegen Cristiano Ronaldo und so weiter. Jetzt war der Verein in die zweite Liga abgestiegen und so wurden wir zu dritt angehauen. Ob wir nicht Bock hätten, dabei zu sein, mich hat das Projekt direkt von vornherein voll abgeholt. Thomas Hitzlsperger war mit dabei und ehemaliger Vorstand oder CEO und Sportsdirector vom HSV-Bus noch gut lief oder auch von Hoffenheim, als sie Ultra abgegangen sind. Also ein unfassbar krasses, kompetentes Team im Hintergrund, die aber keinen Bock mehr auf den deutschen Fußball hatten, wegen der ganzen Bürokratie und der Investoren, verkackten den Trainer mal drei Spiele hintereinander, weil die Mannschaft irgendwie umgestellt wird oder sowas, fliegt der Trainer raus. Fliegt dann zweimal der Trainer raus, fliegt nächstes Mal Sportsdirector raus, fliegt zweimal Sportsdirector raus, fliegt der CEO raus und dann passiert das Ganze wieder von vorne. Und man kann mit Fußball verdammt viel Geld verdienen und deswegen ist das auch das Problem und deswegen ist das so groß, nein zu Investoren, weil die da einfach Geld rausziehen wollen und der Fußball immer weiter in den Hintergrund rückt. Und da hatten die keinen Bock mehr drauf und deswegen haben die gesagt, ey, wir nehmen unsere ganze Expertise, schnappen uns Aalburg, weil es bei denen auch gerade nicht so gut läuft, als ob es ein fucking Traditionsverein ist und gehen genau den gegenteiligen Weg, dass du direkt schon in der Jugend anfängst zu fördern, gerade die ganze nördliche Region Dänemark, es kommen auch krasse Spieler daher, dass du einen anderen Ansatz machst, du trainierst die Spieler jahrelang und baust sie dir so zusammen, wie du sie auf den Positionen für die Mannschaft brauchst und nicht, dass du sechs, sieben Jahre einen Spieler ausbildest, dann sagst du, ich brauche einen rechten Stürmer, kaufst irgendwie einen, keine Ahnung, Spanier von irgendwo, nimmst deinen Spieler, den du ewig ausgebildet hast, verleihst den an tausend Teams und dann ist ein krasses Talent aus der Jugend auf einmal überhaupt nicht mehr krass, verpufft, Leihspieler einen hier und da, verletzt und dann irgendwie raus und dann war es das. Und deswegen wollten die da stark auf Jugendförderung gehen, um einen gesunden, langfristig geilen Verein zu machen, ohne die ganze Scheiße und Investoren im Hintergrund. Das war so eigentlich genau das Gegenteil zu dem, was gerade abgeht. Kam jetzt aber bei der Community überhaupt nicht rüber, was wir da vorhaben. Ich habe auch gechokt mit Titel und Thumbnail, das war drüber. Ich dachte, es kommt so im Großen und Ganzen rüber, was wir da machen. Wir hatten, ich glaube, wir haben zu dritt noch nicht mal ein Prozent oder sowas und überhaupt kein sportliches Mitspracherecht oder irgendwas. Es war einfach nur eine große Chance für krassen Content. Unsere Aufgabe wäre gewesen, in der Social-Media-Sache mitzuhelfen, Content zu machen. Ich wäre mit meinem SSV-Hardstock-Team im Sommer hingefahren, Trainingscamp oder auch Challenges gegen die Fußballer. Das ist ja ein krasser Kader, der Kader kostet ja 9 Millionen. Wir haben das Spiel gesehen, das ist krasser, schneller, geiler Fußball. Wir sind auch gerade elf Punkte vor dem Dritten. Die ersten zwei steigen auf. Und dann ist Aalburg, wenn es so weitergeht, nächstes Jahr wieder in der ersten dänischen Liga. Und dann ist es ja langfristig das Ziel, international mitzuspielen, Top 5 und Europapokal. Oder irgendwann dann in 5, 6, 7 Jahren Champions League zurück. Als ganz, ganz großes Ziel, sage ich selber. Man soll jetzt die Erwartungseite nicht zu hoch machen. Aber so ist es. Das Ganze kam aber absolut falsch an. War aber auch scheiße kommuniziert. Sowohl von uns als auch vom Aalburg-Verein selber. Es gibt ja mehrere Fangruppierungen und Ultras und hier und da. Mit einigen wurde geredet. Ich war ja auch vor Ort. Es wussten auch einige, dass wir da sind. Da kommen deutsche Influencer. Die haben mit uns geredet. Wir waren an der Kurve bei den Ultras. Ich habe die extra nicht gefilmt. Immer weg. Und die haben dann mit uns geredet und sind ins Gespräch gekommen. Meinten, geil, dass ihr hier seid, darüber berichtet oder sowas. Da hat man sich dann auch sehr willkommen gefühlt. Auch die Leute, die alle da waren vor Ort. Oh, jetzt gibt es hier mehr Aufmerksamkeit, mehr mediale Reichweite und so weiter. Und das Team, was dahinter kommt und die sportliche Expertise. Also wir hatten da das Gefühl, absolut willkommen zu sein. Problem war aber, es wurde nicht mit allen Fangruppierungen gesprochen. Und da wurde jetzt ganz viel diskutiert die letzten Tage und hin und her. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch aus der Community viel, viel gelesen. Und es ist wirklich, viele denken, yo, ich kenne den Verein nicht. Ich gehe da rein. Ich stecke da mein Geld rein. Dann verzehnfache ich mein Geld und gehe wieder raus und verdiene mit Fußball Geld und fertig ist. War überhaupt nicht die Intention. War einfach nur eine krasse Chance. Selbst wenn das Ganze glücken würde, würde ich damit weniger verdienen als mit einem Placement. Das war wirklich nur eine Chance, dabei zu sein, so krass hinter die Kulissen zu schauen und euch damit hinzunehmen. Weil unfassbar viele Sachen ja gar nicht öffentlich sind. Wenn jetzt zum Beispiel eine neue Position in der Jugend gescoutet wird für einen U17-Spieler und da gibt es sechs Leute zur Auswahl, ob es sich intensiv mit denen beschäftigt. Und dann kommt ihr zum Probetraining und hier und da. Und dann wird mal ein junger Spieler aus Schweden gezogen. Und dann kriegt der mal mit 18 schon den Einsatz im ersten Team. Und all sowas mitzuverfolgen, das wäre so das Geile gewesen. Und das zu kombinieren, weil die Sportsplätze, Trainingsanlage, unfassbar geil. Auch für SSV Harzlack oder für andere Projekte. Wäre das alles sehr, sehr geil gewesen. Und das wäre unsere Aufgabe gewesen. Gar nicht sportlich irgendwas. Da gab es aber auch Schwierigkeiten, was dort gesagt wurde. Und bitte aufhören, meinen Verein zu sagen. Ja, ja, es ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Anteil. Es wirkte auf viele so, als hättet ihr richtiges Mitspracherecht und dicke Anteile. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Antons Aussagen waren teilweise schwierig. Ja, da waren ein paar mies. Aber ich habe gelandet. Also für mich war vornherein klar, dass wir kein sportliches Mitspracherecht haben. Überhaupt nicht. Ich habe nur ein bisschen provoziert mit Titel und Thumbnail. Das war too much. Anton hat ein paar Aussagen getroffen, wo die Fans und die anderen Investoren nicht so überhaupt nicht gut fanden. Sascha hat gar nichts mitbekommen. Der ist zwei Wochen im Urlaub. Der weiß von nichts. Der weiß von gar nichts. Das Problem ist, du und Sascha habt keine Ahnung vom Fußball. Ist ja egal. Wäre ja völlig egal, wenn wir darüber berichten. Ich fand das ultra geil. Wir haben uns so einen langen sportlichen Vortrag bekommen und Einblick in den Verein. Das ist eine ultra krasse Chance. Und ja, ich habe sofort Ja gesagt. Gar nicht für mich, sondern einfach das Team dahinter, was die mit dem Fußball vorhaben, war ultra krass. Auf jeden Fall wurden ultra viele Gespräche geführt zwischen allen Parteien. Investoren, die noch drin sind, Investoren, die jetzt dazukommen. Sports Director, die Ultras, verschiedene Fangruppierungen. Dann hat wieder Anton mit denen geredet. Und dann die Pressemitteilung. Und dann gab es da wieder eine Antwort. Und hier kommuniziert und so weiter. Und da ist mir das einfach der ganze Aufwand und Stress überhaupt nicht wert. Gar nicht. Sodass ich dann auch sage, ich drehe zurück. Das wickelt mir wieder rückab. Es war wirklich nicht viel Geld. Und da wäre jetzt auch nicht viel Geld zu holen gewesen. Das kam vielleicht falsch rüber. Ich glaube, Anton hat auch schon ein Statement gemacht. Und Entschuldigung. Ihr seid einfach Social Media Berater. Das finde ich passt deutlich besser. Ja, richtig. Und was ist mit Sascha? Sascha ist im Urlaub. Ich glaube, der ist da. Aber ich weiß gar nicht, ob der auch schon angehauen wurde oder sowas. Hat der schon ein Statement? Der ist auch voll drin. Der ist auch voll. Der hat das alles gar nicht mitbekommen. Der hat noch nicht mal ein Video gemacht. Der hat noch nicht mal ein Video gemacht. Das heißt, du bist jetzt raus? Ja. Ich trete sofort zurück, wenn es geht. Ist natürlich schwierig jetzt hier mit den Anteilen. Gleich dauert das zwei, drei, vier Wochen. Aber ich will dann auch raus. Da kann man auch mal auf die Community hören, wenn die sagen, also es war scheiße kommuniziert. Es ist so genau das Gegenteil. Nein zu Investoren im Fußball. Und dann haben die so einen gegenteiligen Investorenansatz gefahren, wie es gerade gang und gäbe ist in Deutschland und Saudi-Arabien und überall. Aber ehe man da jetzt ewig auf die Community einredet, wenn es die Leute nicht verstehen wollen, dann werden sie es auch nicht verstehen. Und deswegen gehe ich wieder raus. Da kann man auch die Kritik annehmen. Wir haben ja nichts gemacht. Wir kamen rein, haben alle Spiele gewonnen. Alpurg steigt wahrscheinlich auf. Und jetzt gehen wir raus. Aber die ganze geballte sportliche Kompetenz dahinter bleibt natürlich drin. Und ich wünsche da Alpurg absoluten Erfolg. Es ist ein geiler Verein. Ja, aber das, der wurde auch probiert. Ey, bleibt doch drin und hier und da und so machen wir das. Und hier und Statements. Aber muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Sascha kommt seine Anteile an einen Scheich. Na toll. Ne, so ist es auch nicht. Es war auch wirklich nicht viel. Das Problem ist auch, wir planen das seit einem Jahr. Da hat viel Arbeit drin gesteckt. Und jetzt, wo Tennisbälle geworfen werden, Spiele werden abgebrochen, Nein zu Investoren. Das Problem ist, die Leute haben auch kein Ventil, wo man das rauslassen kann. Die werfen einfach Tennisbälle auf den Fußballplatz. Und gut ist. Und jetzt hatten wir hier direkt mal Anton, Sascha und Max. Zack, wir investieren in Fußball. Und das Fetteste in Deutschland ist gerade Nein zu Investoren im Fußball. Und da kriegt man natürlich die volle Wucht ab. Schade, dass das Ganze so entwickelt hat. Ja, hätte ein geiles Projekt werden können, was wir begleiten. Wird so oder so noch ein geiles Projekt. Das ist gar keine Frage. Komplett unterschiedliche Situationen. Die Leute schreien einfach nur. Ja, das stimmt. Hätte es nicht aussteigen müssen. Ne, hätte ich auch nicht. Will ich dann aber. Kommunikation war maximal unglücklich. Ja, haut mal eure Meinungen raus. Was habt ihr Influencer dafür bekommen? Wir haben uns einfach nur Anteile gekauft. Ganz kleine Anteile. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Jetzt haben wir noch eine ganze GmbH und UG und die ganzen Stuff gegründet. Ich glaube, jetzt haben wir sogar ein kleines bisschen Minus damit gemacht. Aber das ist auch nicht so. Schlechte Wortwahl, falsches Timing. Ja, das stimmt. Wortwahl war echt schlecht. Ja, ja. Mein eigener Verein. FIFA Manager in real life. Wir kaufen einen Verein und sowas. Das stimmt. Das ist natürlich das, was zieht und Aufmerksamkeit macht. Aber es war dann zu schlecht erklärt. Egal, wie ihr gut ihr jetzt jetzt erklärt hättet, zu der Zeit, im Moment, wo alle gegen Investoren protestieren, schauen zumindest die Hälfte der Erklärung eh nicht bis zum Ende. Mit den Titeln und Aussagen, um Aufmerksamkeit zu generieren, habt ihr euch einen Eindruck geschossen. Ja, stimmt. Stimmt komplett. Stimmt komplett.